Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Hype-Server. Ja, in der letzten Folge hier auf dem Hype-Server haben wir ja, ähm, hier Bedwars gezockt, ja. Zwei interessante Runden, die wir hatten. Und nur als kleine Vorwarnung, ich bin heute etwas müde und, äh, Entschuldigung, äh, deswegen bin ich voll ganz da, also nicht wundern, wenn ich heute Minecraft Skywars komplett ablose, ja. Und wenn ihr wollt, dass man auf anderen Minecraft-Servern spiele oder was anderes spiele, könntest gerne in die Kommentare schreiben, aber jetzt nicht so, ihr mich nach Spielen fragen, wo ich jetzt extra hier viel, 60, 70 Euro ausgeben muss, und ich bin der Spielen dann kauft und am Ende gefällt es mir nicht, okay? Ja. Und das, was wir eben gesagt haben, cool, das ging. Und, ja, da waren wir mal. In Minecraft-Skywars-Games, los geht's. Oh, versteckte Zonen, ups. Zweierteams, yeah. Elftowns. Gibt's hier ein Geheimdurchgang? Alter. Ich hab' die Geheimdurchgang. Oh, Sackgosse. Okay, nochmal, wo wir machen. Perfekt, direkt ein Eisenschwert und, ja, los geht's. Mein Mate hat verlassen. Toller Mate, den ich habe. Verlässt einfach vorzeitig. Ich bin alleine und hab' keinen Mate. Das ist echt ganz toll, wie es läuft. Oh, ich dachte, ich würde sich als Schritte gehört. Okay, ich hab' einen Diahelm. Leist ihr Brust. Die Eisenteile sollte ich lieber nicht hier rumliegen lassen. Zumindest habe ich 3 Enderpearls, um mich notfalls auch retten zu können. Ich brauche keine Brustplatte, ich brauche Boots. Perfekt Eisenboots, ich bin jetzt halb dir, halb Eisen. Jo, der gibt mir, der gibt mir, der gibt mir richtig. Alter, der gibt mir gerade Kombo-Rombo-Kombo. Ja, hab ihn. Uiuiuiuiuiui. Und da ist sein Mate. Ähm, wenn er je... Jetzt wäre die Gelingenheit mich zu töten für ihn. Pfff. Hat versucht, einen nach Pool zu machen. Oh cool, ich habe gewonnen. Der war der Typ, der war der letzte. Geil. Das war ja eine easy Runde. Hab da nur einen Kill gemacht und nur auf meiner Insel rumgegammelt. Aber ja... So kann man auch ein Match gewinnen. Ich hätte echt nicht gedacht, wäre sie zu mir gekommen, hier so ein Mate, der mich nicht. Ich bin schon wieder alleine. Ne, doch nicht. Okay, ähm. Zapp, 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 zapp. Perfekt. Nice. Direkt Dia Boots. Direkt Dia Boots. Oh, TMT habe ich. Okay, was habe ich hier so? Ähm, ja, ähm. 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 Eine Feuerkugel. Ach so, das war das. So, die gewöhnliche Feuerkugel, wo ist das? Das ist mein Mate. Hallo, bin ich? Ach, mein Mate ist schon tot. Toll. Jo, da geht's aber richtig fettig, fettig ab. Hat mein Mate jetzt sich die ganzen Extra-Leben gegönnt und ist dann gestorben? Gibt's auf dieser Insta überhaupt Extra-Leben? Okay, ja, äh, das sieht nicht gut aus. Ich teleportiere mich mal noch da. Und krieg erst mal fett, denn fett ist ein Charme, den es gibt. Tschüss. Okay, jetzt könnte ich theoretisch zu... Ah, ne, das ist kein Get-Player. Grün ist noch da. Da ist einfach eine Chest in meiner Fresse gespawnt. Okay, ich verpiss mich. Wow, 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 wow. Ende, Pearl! Ich bin weg! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Drei Leben nur noch, drei Leben nur noch, drei Leben nur noch. Ups. Das war jetzt sehr peinlich, das war sehr peinlich. Ups. Ich wär irgendwann so oder so gestorben. Eine letzte Runde machen wir noch. Es war nicht mit Absicht, dass ich da runtergesprungen bin. Das war halt meine Nervosität, die da jetzt dazu geführt hat, dass ich da runtergesprungen bin. Weil das ist ja auch sch... Mal sch... Ist bei mir nicht ungepisslich. Das ist das letzte Mal, dass sowas passiert ist, glaube ich. Wegen zu vielen Nervosität... Nerv... Als ich zu nervös war, war, glaube ich, als ich noch auf dem PC Minecraft gespielt habe. Ja. Da hab ich... Die haben mich immer ange... Und meine Hände immer ganz schwitzig. Und dann bin ich immer am meisten nervös. Ey, lass gehen ab. Direkt mit dir, Hosegeil. Ok, Bogen. Zack, zack. Ok, die kann ich meinem Mate geben. Die Diahose, wenn sie nicht schon einer hat. Elsenschwert, perfekt. Hab aber keine Blöcke. Oh, hier sind Boots. Perfekt. Hallo. Ja, ich hab dich gesehen. Wo will die denn hin? Ja, ich hab keine Enderperle. Ich hab auch keinen Diashat. Aber ich kann mir nochmal verhexern gehen. Oh, geil. Verzaubert ist die... Eisen-Shirt. Was ist das? Achtung, Beilig. So, perfekt. Das hat mir runtergelaufen. Na, schade, okay. Ich dachte, ich könnte die abführen irgendwie. Der hat irgendwie... Oh. Okay, der hat mir runtergeworfen. Verzauberte Diabons. Geil. Verzauberte Diabons. Geil. Okay, ich hab zweimal Boots gekriegt. Geronimo! Hä? Was ist passiert? Oh, sie hat den Kram vorzeitig verlassen. Jo, wie geht... Jo, der hackt. Der hackt. Der hackt einfach komplett rein. Ich brenne. Ich brenne einfach. Wir boxen einfach rein. Wo ist der hin? Nein, mein Maid, du musst es schaffen. Du musst diesen Hacker töten. Jo, der ist voll der Hacker. Ja, das 10 Spieler muss man bannen, Junge. Alter, ich hab genau gesehen. Ich hab sogar auf Aufnahme wieder rein gehackt, Junge. Mein Maid war gefühlt 5 Blöcke... In meinem Maid wurde 5 Blöcke über der Luft in der... durch die Luft geschlagen einfach. Der wird... Der war einfach... Sagen wir mal... 1, 2... Der ist ja ungefähr so hoch in der Luft, wenn ich vielleicht sogar ein Block höre. Das war ein eindeutiger Hacker. Dafür kann man keine Internetprobleme... Zu... Machen... Zuverantwortung schien. Das war eindeutig gehackt. Na jedenfalls hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen, dieses kleine Skywars Video. Lasst ein Abo und ein Like da. Bleibt gesund. Tragt ihr mal ne Maske, wenn ihr rausgeht. Habt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wenn euch das Video anguckt. Und... Ja... Bis zum nächsten Mal. Euer Kummernberg mit der Strichheit. Und... Möge die Macht... mit euch sein. Servus.